ARD Text im Auftrag von Funk Und der Series RKA Simon und natürlich mit mir, dem Oliver Wir haben uns etwas ausgedacht, was uns heute spontan in den Sinn kam Wir machen eine Trink-Challenge Regeln sind ganz einfach Wenn einer aus der Crew normal stirbt, die ganze Crew zwei schlücke Ne, ne, wie war das? Jetzt muss ich selber gerade überlegen Wenn du getasert wirst, musst du, der getasert wird, musst du zwei... Ne, dann muss jeder aus der Crew... Ne, sorry Leute, ganz von vorne Wenn einer aus der Crew stirbt, jeder einen Schluck Ich bin jetzt schon voll besoffen, ey Wenn einer aus der Crew stirbt, einen Schluck Wenn man gekloakert wird, muss der betroffene Spieler zwei Schlucke nehmen Beziehungsweise zwei Schnapsgläser Wenn man getasert wird, muss jeder aus der Crew zwei Schlucke nehmen Und wenn ein Spieler in custody geht, müssen alle zwei Schlucke nehmen Beziehungsweise halt zwei Schnapsgläser Und derjenige, der halt in den Knast geht, muss halt drei nehmen insgesamt Das waren eigentlich schon die vier Regeln Möchtet ihr noch etwas dazu sagen, Leute? Ähm, nicht wirklich, ich hab denen das auch gerade nochmal erklärt Gut, also ganz kurz, wir wollen ganz kurz nochmal sagen, was wir trinken Was trinkt ihr? Oder was werdet ihr mitnehmen? Äh, ich trinke 30 Jahre alten Scotch Mit ungefähr wie viel Prozent? Was war das? 50, 60? Du, Jan? Och, bisschen Red Bull, Monster gemischt und Whisky Genau, ich trinke übrigens dazu noch ein bisschen Kakao Gut, also ich trinke den guten Tarni Port, Portwein Mit ungefähr 21 Prozent Volumen Alkohol Das heißt, ich bin eigentlich der größte Lobob, aber ich bin noch der am meisten anfälligste Wir haben alle einen Schluck, einen großen Schluck Also, ne bloß nicht, leider noch nicht Für Anfangschluck, Anfangschluck, Anfangschluck Okay, okay, okay Bereit? Bereit? Bereit, Leute, wir können starten Let's do this Das Glas neben mir ist eingeschenkt Ja, bei mir auch Okay, ich auch Es schmeckt nicht schlecht, ja, aber das brennt so krass im Hals Alter Schlechter Ballspiel Schlechter Ballspiel Das Lustige ist ja, ich bin ja derjenige, der am meisten hat Das liegt aber auch daran, dass du am meisten abkannst Ja, das stimmt, Alter Alter, ich kann nicht mehr als 30, 40 Boah Das ist bei mir das Problem, Alter Boah, Alter Ja, das liegt halt daran, weil ich öfters mit meinem Bruder ein bisschen Trinkspiele gemacht habe Soll ich schon mal ein Zeichen setzen und direkt am Anfang mich umbringen? Boah, lecker Nein Ich würde sagen, jeder von uns sind sich jetzt erstmal drei Zutaten Bevor ich jetzt hier weiterspiele, ich muss ja ganz kurz ein bisschen die Audio einstellen, damit ihr auch was hört Ja, passt Verdammt Gut, also ich habe meine drei Zutaten, Leute Jeder holt sich jetzt bitte drei, damit wir nicht so oft raus müssen Ähm, ja, einen Moment Ähm, da drunter schrauben Ich stelle gerade ein bisschen hier Zeug runter, damit auch die Aufnahme spielbar aussieht Wundert euch übrigens jetzt nicht, warum das Spiel so hässlich aussieht Ja, ich spiele extra auf Law, mache ich eigentlich so viel wie auf jedem Spiel Also wundert euch da nicht Ich habe mich ja schon mal mit Portwein besoffen, was ich ja gerade neben mir stehen habe Und da habe ich mich so sehr besoffen Ich glaube, da ist gerade sein Game gecrashed Ja Ja Ja, ist ja nicht Ey, Jan, das sind jetzt mindestens drei Strafschlucke, mindestens Egal Nein Kannst ja nichts für Okay, komm, komm, los Da müsste ich mich ja schon ins Kummer gesoffen haben, so oft wie mein Spiel abgekackt ist, ey Ja, ich suche gerade den Keller Jo, ich wollte gerade einstellen und dann ist es bei mir abgeschmiert, egal Du hast aber auf Privat gestellt, oder? So, jetzt bin ich dann Ja, ist auf Privat Weiß ich, weiß ich, weiß ich, wenn ich mal rein schaue Schau mal rein, schau mal Ähm, warte Ähm Ähm Ja, friends zombie So Ich habe so keinen Bock auf den Cloaker, Alter Ich auch nicht, um ehrlich zu Ich habe mein Stealthkit noch aktiviert Noob Warte, was? Nee, oder? Boah Bei mir wird das extrem schwer Du willst das so durchziehen? Ja, ich habe nur Stealthkit Da muss ich da Du willst nicht nochmal neu starten, oder so Nee, ganz sicher nicht, Alter Wir ziehen das so nicht Dann, viel Glück Lassen wir es jetzt Ja Ich habe auch viele Westen, ich habe gar nicht Äh, Leute, ich habe auch was Okay, Leute, Leute, ja Leute, komm Neustart Ja, ich lasse mal ganz kurz die Aufnahme einfach laufen Gut Leute, also ich mache hier einen kurzen Cut, wir sehen uns gleich wieder Ah Leute, so übrigens, da sind wir wieder, ich hätte gerade fast vergessen aufzunehmen, aber Gut, dass es mir gerade noch einfiel, warum da oben die Zahl von FPS nicht rot ist Äh, verdammt, ich habe die Weihnachtsmucke nicht, glaube ich Ja, ist doch egal, meine Mucke ist ganz geil Ich muss die Weihnachtsmucke machen Das ist ein Pimt aus Getaway, da haben wir es doch Von der Weihnachtsmucke Achso, ähm, planten wir schon mal unsere Sachen präventiv, würde ich sagen, oder? Ähm Ich koch die erste Runde Ja, ja, koch die, ne Aber bitte nicht in die Luft sprengen Alter, ich bin inzwischen Profi-Mevkocher geworden, ja Ey, ich möchte auch an dieser Stelle mal ganz kurz eine Anekdote bringen, ja Ich habe meinen Chemielehrer gefragt, ob mit den Zutaten, die man hier in diesem Spiel hat, Mevkochen wirklich möglich ist Und mein Chemielehrer hat sich als hervorragender Mevkocher herausgestellt Der konnte mir sogar sagen, das sind genau die Zutaten, die du brauchst Du brauchst allerdings noch eine vierte, entscheidende Zutat, die hat er mir allerdings nicht genannt Ja, war ja klar, ne Ist echt so Kann ich am Anfang echt nicht vorstellen Ja, klar, kann man sich nicht vorstellen Alter Jan, ich will jetzt nicht deine Art und Weise kritisieren, wie du spielst, aber Das könnte sehr Das könnte sehr trinkintensiv werden Ja, das könnte ich nicht machen müssen, ne Boi, Jana, wenn du öfter als 6-7 mal down gehst, ich hasse dich so sehr Ja, der muss öfter zwingen als wir Ja Und es ist so Egal, keine Droge, ich hab den ersten So, boi, Runde 1 ist fertig Naja, ich hab den ersten Cloca geholt, keine Sorge Hallo Cloca, lass uns mal uns mal, ne Lass uns so richtig Liebe machen Kennt ihr das von South Park? Erste Folge, wo Chefkoch singt I wanna make love to you woman Ja, ja, kenn ich Hör auf zu singen Oh, Flash Das ist doch die Folge, wo die zu Kapitrier gehen, ne Was, wo? Das ist doch die Folge, wo die zu Kapitrier gehen, wo die Aliens glaube ich kamen Ja, das war die Alte, wo der Typ entführt, wo der Ike Beste Folge, Alter Warte, Hydrogen Chloride Ich kann mir jetzt schon die Reaktion vorstellen, wie es deiner Mutter in der Schule wisst Und Oli, hast nen Kader verkraftet Ey, ich hab schon vergessen, wie die Regeln sind Ich weiß auf jeden Fall, wenn ich down gehe, muss ich... Wenn du down gehst, gesamte Crew 1 schluck Wenn du gecloakert wirst, du 2 schlucke Wenn einer getasert down geht, jeder 2 schlucke Wenn einer in custody kommt, jeder 2 derjenige in den Knast kommt 3 schlucke Ah, und was mit Bulldozer? Zählt als normaler Tod Okay Also jeder 2 schlucke Alter Wär gemein Wär gemein Wär gemein Ja, weil der Hund ist nämlich Bulldozer Oh Achso, äh, Leute, da kann ich euch gleich nochmal ne Schulanekdote erzählen Ich hab mich ja schon einmal so richtig mit Portwein besoffen Und da bin ich dann halt auch besoffen ins Schule gegangen Aber ihr müsst euch vorstellen, ich hab mich am Vorabend... Oh mein Gott Nein Pass auf Hab ihn Ich hab mir am Abend ja komplett da die Birne weggesoffen gehabt Und am nächsten Tag haben wir eine Physik-Arbeit geschrieben Und jedenfalls, diese Physik-Arbeit ist mit ihr mit einer 5- ausgegangen Ich bin stolz, dass es... Ha! Dozer Was? Ich bin stolz, dass es keine 6 geworden ist Oh, fuck Ich muss nachladen Warte, wenn ich jetzt down gehe, dann muss jeder einen Schluck nehmen, ne? Wieso? Ich glaube, ich muss eigentlich ein bisschen lauter machen Ja, ja Klo, komm! Ja, ja Da muss jeder... Okay Dann darf ich nicht down gehen Ich hab immer noch ein bisschen Schluck auf Ey Ich möchte ungern ins Mikro ripsen, das wär ein bisschen... Es wär zwar ranzig, aber pfff Ja Da möchte ich halt ungern Ich hab jetzt Angst wieder in die Option zu gehen, dass das Spiel wieder crasht Ja, geh lieber nicht in den Optionen, Alter Mach... Ach, du bist vorhin in den Optionen gewesen? Achso, okay Ja, ich war aber auch in den Optionen, ich hab Texturqualität und so auf Law gemacht Alles auf Law Ich bin jetzt schon wieder viel zu aggressiv, ich geh besser rein Das geht so schief, das sag ich dir jetzt schon Das wird auch schief gehen, ich sag dir, wenn der erste Schluck 4 gefallen ist, ne? Dann geht's los Oh, mit den Snipern, Leute, das wird witzig werden Ja, die Sniper müssen wir unbedingt direkt töten Schwarze Dose unten NEIN Oh nein Oh nein Scheiße Ja, wie gesagt übrigens, ich hab so ein paar Mods, ne? So Foco hat und so Hab ich im letzten Video ja erklärt Ne Oh Du hast schon mal eins gemacht? Welche Mods ich habe War das vorhin die Art Gallery? Nur mal so aus Interessenfrage Ja, ja, genau Da hat ich ja das erklärt, was für Mods ich habe Ähm, also wundert euch nicht, was da für Sachen vorkommen, ne? Das ist ein bisschen die störte Kacke Gut, zweite Runde durch Simon, Simon, Simon Ich dachte, wir sind gestört Ja, wir sind gestört, das stimmt Ähm, zweite Runde, äh, zweite Runde Sniper Alter, hat der mir einen mitgegeben Ey, wenns... Ähm... Oh, schwarze Dose vor der Tür Ich hab so ein paar Mods, zum Beispiel halt Der Cloaker macht Sonic-Geräusche Äh, der Captain Der macht John Cena Oh! Flash Also wundert euch deswegen nicht Ey, mein Bildschirm ist grad komplett weiß und wird nicht besser GG Boah! Ja, hier ist er grade gelb Ich glaub ich, ich bin... Ich bin voll auf... Ey, Simon, hallo, schieb bei mir Du darfst geruhig... Du darfst mich unterstützen Achso! Ja, ja! Keine Sorge Weil ich hier... Achso, Jan! Sollen wir dir helfen? Ne, ne... Aber da kommt gleich irgendein Cloaker, Jan Pass auf Brauch keine Hilfe Pass schon Da ist er Da müssen der Cloaker hin Der ist weg Ich hab noch eine Granate Ich hab noch eine Granate Ich hab gar keine... Du bitte aufhörnst zu singen Das kann ich mir echt nicht lange anhören Hä, ich hab aufgehört zu singen Was willst du von mir? Du fängst wieder an so Alter, ich hab noch aufgehört Jan, so ist irgendwo Wenn du leicht angetrunken bist Dann... Dann ignorierst du das, glaub mir Dann ist dir dann völlig egal, wenn er singt Ist echt so Ich glaub, dann singst du eher mit Ja... De 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 De— Nein, was? Waant? He 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 Was ist mit ihr los? Ja... der Shield hat gerade lifehack gehabt Ja, bei mir ist sie drin ins Shield Ah, okay, du hast sie denn richtig Was du warte hom kans se... Ich muss mich ganz kurz wieder vollholen Ich hab mir mal想 Mama, danke Danke Ich Mama Danke Jan Danke Dankeisc provide Oh, gar nicht durch S0NIS NEE! Nein Nein, das sind für mich zwei Schlucke Ja, nein Oh fuck, oh fuck, oh fuck Bitte deckt mich kurz, ich muss ja noch den zweiten Und Nummer zwei Oh Alter, ich spür's jetzt schon, wie's mir nach oben kommt Boah Nein, de 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 Kloka Oh, wieso hast du fast Wieso hast du mitgetrunken, ich wurde doch geklokert Achso, aber wieso hast du getrunken, Alter, ich wurde geklokert Mein Hals brennt jetzt nicht mehr Warum hast du mitgetrunken Ja, ja, hat auch Zwei Stück jeder Ach ja, stimmt War ja zwei, wenn man geklokert wird Ja, ja Nee, war das nicht Taser Nee, das war zwei Bei Taser waren's auch zwei Aber nur für die Idee, der getasert wurde, oder? Nee, bei Taser war's so, die Crew-Members müssen nur einen Schluck nehmen und derjenige, der getasert wurde, muss zwei What? Ja, ja Ich hab die Regel wiederum anders in Erinnerung, beim Klockern und derjenige, der geklokert wurde Ich hab die Regel wiederum anders in Erinnerung, beim Klockern und derjenige, der geklokert wurde Ich hab die Regel vergessen gehabt, aber ich hab grad auch mal auf den Desktop geguckt Boah, Alter, wie war ich ohne Scheiß, es kann sein, dass ich zwischenzeitlich im Let's Play kocken, äh, kocken, ja, kocken, ey Okay, kotzen gehen muss Okay, noch ein Bulldozer Okay, noch ein Bulldozer Okay, noch ein Bulldozer Was ist denn noch? Der Bulldozer-Kick Alter, boah, mir ist, ich hab jetzt schon so leichten Kotzreiz, ey Ich hab ein großes Problem mit Munition nachher, ne Das sehe ich jetzt schon kaum Äh, Dozer, äh, Dozer ist ja schon, ey, Klocker Oh, god, we're waiting Ah, nice Ja, ein Minuspunkt geht auf jeden Fall schon mal an Oliver Ja, sorry Hauptsache, er holt jetzt nicht wieder sein Klocker-Fetisch raus, dann können wir echt einpacken Oliver, kleiner Tipp bei Klockern, rennt vor dem Weg, ring, und dann dreh dich um und schieß den Instant in die Fresse Dann ist er sofort down, dann kann ich nicht wiegen So mach ich das immer, dann geh ich nie down bei Klocker Äh, äh, äh Aber wir müssen auch mal ein bisschen Trinkfestigkeit hier reinbringen Oh, god, noch ein Klocker Ich hab mal, oh, ich hab auch richtig Muni-Probleme Ah, egal, ich hab noch Main Oh! Das ist sehr gefährlich Nein, nein, Hilfe, bitte Taser Shit Treppe, hintere, hintere Treppe, hintere Treppe Hintere Treppe Ich bin blind Nein Ich, nein Nein Ja, egal, wir sind Zeno Ich werd getasert Ja, ach, was Ich kann, ich muss warten, ich muss nachgeladen Ich muss nachgeladen Okay Scheiße Ja, du musst zwei Schlöcke nehmen Ja, warte Ich muss aber einnehmen E? Hier oder nur er? Ja, und wir beide müssen nur einnehmen Wirklich? Ja, er muss zwei Zwei Oh Scheiße Oh Ah Alter, ich kotze hier jetzt gleich schon hin Mein Kopf brennt Mein Kopf brennt Oh, bei mir brennt der Magen Ich glaub ich muss mich gleich übergeben gehen Mittlerweile brennt es nicht mehr Ich hab mich jetzt dran gewöhnt Alter Ich hab mich ja schon mal besoffen Ich hab grad Oh, fuck ist mir übel Wenn ich auf Klo gehe und kotzen, soll ich das Headset mitnehmen? Alter, auf jeden Fall in dieser Aufnahme noch kotzen Ja, freut mich jetzt Soll ich das Headset dann mitnehmen? Ja, klar Boah, aber bei mir ist aber auch deinem Magen stimmt halt nicht, Alter Oh, da war ein Klocker Mein Magen brennt irgendwie gerade Alter, bei mir... Oh, ich hab diesen Würgereiz Oh Muss mich anders hinsetzen So Halt, ich bin down Thomas Wer hat dich? Von wem wo bist du getötet? Ich bin hier unten Von wem? Äh, ganz normal zu Jeder einen Schluck Jeder einen Schluck, oh mein Gott Oh, das geht ja jetzt schon schön Oh Alter Alter Sorry Alter Das machen wir bis zum bitteren Ende Bis einer kotzt, Leute Ich würd sagen Bitte halbe Stunde nur Bitte halbe Stunde Ich würd sagen wir machen uns 30 Minuten Ja Weil das wird nicht zu extrem Alter Haben wir eigentlich das Meth? Also ich sag... Ich sag euch eigentlich eins Ich werd auf jeden Fall im Let's Play noch kotzen gehen Oh Wie viele Schlücke hab ich jetzt? Ich glaube ich noch 4, 5 Ich bin inzwischen bei 10 Leute, ich bräuchte eure Hilfe an Ja, ich kann grad nicht, Alter Boah, okay Es geht wieder Mein Kopf, ey Ach, was heißt denn dein Kopf, Alter? Meine Speiseröhre Bei mir ist das der Margie Mein Kopf, ey Der... Es fühlt sich so an... Es fühlt... Äh... Mein Kopf fühlt sich... Äh... Ich würg aber auch leicht vom Watteau Mein Kopf fühlt sich so an, als würde das gleich explodieren Boah... Scheiße Wir können ja das ganze bloxanter machen Weil wir vom Sniper sterben müssen Wir drei... Vergiss es! Da mach ich nicht mit! Mir kommt jetzt schon der Scheiß nach oben, ja? Ey, Junge, du hast was zu sagen... Mit deinem weißen 20% Oh nein! Hilfe! Kaiser! Nein! Ey, das ist doch nicht dein Ernst Ey, Jan hat mich gesaved Ey, du hast was zu sagen mit deinen 20% Alter, ich trinke dir verdammt nochmal 50, Junge Ja, du bist auch... Das muss ich auch sagen Respekt an dich Ich bin auch kein... Ich muss auch ehrlich sagen Ich bin kein Trinker Ich saufe extrem selten Ja, ja, ich trinke aber auch sehr selten Aber keine Ahnung Wie alt seid ihr eigentlich? Eigentlich nur so mal als Frage Boah, Alter, wenn ich mich übergeben musste, wird es so schlimm Ich hatte heute Abend Tzatziki mit Knoblauchpropfen Wenn das alles wieder hochkommt, na halleluja Scheiße, ey Ja, ich muss noch mal ne geile Kuchen Rollenpizza essen Mit extra viel Schinken und extra viel Käse, man Und dazu noch Kuchen Leute! Taser Ja, ja, ich bin hier hergenauft Ich wusste das hier, was ist jetzt? Zimo wusste es Können wir mal hier... Ah, warte mal, ich brauch Zutaten Scheiße Haben wir euch schon angerufen? Nee Oh Gott, ich spiefe ab! Oh fuck, Leute Jetzt brauch... Jetzt brauch... Jetzt brauch ich eure Hilfe Oh mein Gott Oh, wo bist du? Oh fuck, wo bist du? Ich muss jetzt raus, ich muss raus Draußen am... Da war noch kurz, da war noch kurz Lass mich ganz kurz Mully nehmen und dann komm ich weg Aber ich hab nur noch Mully Oh! Knack mal bitte! Bitte gib mir Deckung Du brauchst nicht knacken, du schießt drauf Na ja, stimmt, schießt drauf Oh! Und dann noch draußen am Wagen Oh! Oh! Das kommt ein bisschen hin Ah! Nein! Ah! Oh! Oh! Ich bin safe! Oh! Ich bin down Und Sniper Scheiße Ja, okay, du musst nur einen Schluck nehmen Gott sei Dank Ich darf für ne zwei Schlücke machen Nein, 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 nur einen Hey, wow, eins Bei Sniper nur einen, weil das ein normaler Gegner ist Okay Oh Gott Oh Gott Oh Gott Also, ich schwör dir eins, bis zum Ende Wenn die Flasche vorbei ist Dann ist mein Magen dahin Oh Gott, einer Schwarzer Daußer! Oh! 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 Verrecke jetzt schon Oh! Oh Gott, jetzt ist ein Kloka drinnen gewesen Oh! Ich hab jetzt schon Würgereizt Ich sag mal nur so, an alle Leute, die dann zuschauen, die wir grad noch hier sehen, dann Ich will mal nur sagen, ja Auch wenn ihr uns wirklich auslacht, irgendwie das ganze was Als wenn wir Weichreier und so wären, ne? Macht das mal selber Kriegt mal 50% Alkohol die ganze Zeit Eine Stunde lang oder 30 Minuten lang, ohne Pause Wenn ihr die ganze Zeit down geht Anderes Anderes Thema, ja? Auch wenn ich jetzt vielleicht so low wirke Ja Macht das mal selber Das ist nicht zu spaßen Das ist einfach grausam Das ist ne Hölle für uns Und wir tun das extra für euch Ja Das Schlimme ist Ich glaube es wäre doch halb so schlimm, wenn ich mich nicht schon mal so sehr besoffen hätte Mit Portfire Dass ich mich da schon mal übergeben habe Weil mein Körper sagt mir Äh, hör auf damit du Das, das ist schlecht für dich Ja, ja Aber du fühlst, du fühlst dich nicht wirklich so extrem schlecht Aber dein Körper fühlt sich schlecht Ja Also ich selbst Man kann auch noch ohne Einschränkungen, ohne Einschränkungen game Aber mein Magen sagt mir, mach so weiter Und in 3 Stücken kommt das Ganze wieder oben raus Ja, ja Da kann ich die schöne Anekdote aus dem Kindergarten bringen Wir hatten eine Kindergärtnerin Die war so ne richtige Sadistin Und zwar Die hat mir Also die hat mich bei jeder Gelegenheit gemobbt und runter gemacht, na Dass die überhaupt im Kindergarten war Boah, solche Lehrer kenn ich Nicht Lehrer, Kindergärtnerin Ja, ja Pass auf Und jetzt kommt's Ich hab, die hat mich gezwungen Möhrensuppe zu essen Das hab ich gehasst wie die Pest Ich, mir war immer scheiße übel Ja Und Hab ich halt das gegessen Und da hast du fast alles aufgegessen Bis auf einen ganz, ganz kleinen Rest Da meintest du, ja komm Ist doch eigentlich ganz geil Das schaffst du auch noch Dann sagt die mir das Und ich kotze einfach voll und auch den gesamten Teller wieder voll Ich darf nicht mal ganz kurz dazwischen reden Ja Wir haben schon 16, 17 Minuten geschafft Und Wir schlagen uns gerade sehr gut Ja Pass auf Da hat die jedenfalls gemeint Ich soll Also als ich das von der Fieder vollgekotzt hab So Ja, du bist so ein Schwein Ich hätt größer Lust dir die Kotze wieder rein zu zwängen Hat die so zu mir gesagt Als Kindergärtnerin Boah Das ist so ein Traumata, was die Kindheit prägt Das sag ich dir Das ist ein Kindheitstraum, Alter Ja, ja Das ist sowas voll Boah, Alter, komm Boah, Alter Und dann auch noch die Packs im Floh ansehen, Alter Oha Go Ich bin aber extra ekel, ich komme mit Habt ihr alle Säcke? Oh nein, fuck Bitte nicht, Simon, bitte Ne, ne, ich bin noch nicht down Ich hab nur den Mapsack vergessen Sniper draußen, pass auf Kloka Nein Ich hasse dich Hat er dich? Ja, er hat Jan Ein Schluck für jeden, ne Müssen wir nochmal nehmen Ein Schluck für jeden Und Jan, Jan hat, nee, warte Jan muss zwei Jan muss zwei Jan muss zwei Echt, war das nicht bei Kloka? Nee, Moment mal Nee, Moment mal Ah nee, das war einfach ein Kassi, genau Und Jan muss zwei, du musst eins Ja, ja Boah Keine Ahnung, wie die Gänsehaut sind Ich komm gerade richtig zu sein Ich komm gerade richtig zu sein Ich hab grad diese Gänsehaut Ah Post, Jan Prost, Oliver Oh Ich hab schon getrunken und ich bin da Warte, ich defend euch Ich wurde geflasht Und zwar komplett Ich seh nix mehr Mein Bildschirm ist komplett weiß Kann ich mal was sagen? Scheiße Scheiße Boah Alter, wann können wir uns neue Zutaten holen? Ohne Scheiße, ich hab mitleid mit euch, ne? Also nicht mitleid mit euch Wie soll ich das sagen? Mitleid mit den Zuschauern? Nee, nee, mir auch nicht mitleid mit den Zuschauern Wie soll ich das sagen? Ich... Ich... Ich hab voll... Wie nennt man das? Uah, Shield Ich find's richtig scheiße, ja? Genau das wollte ich sagen Ich find's scheiße, dass ihr so wenig Prozent haben Und ich so fucking viel Prozent haben, ja? Ich mein, ihr habt noch voll den Vorteil, Alter Aber wenn nicht nur, gell? Aber ganz... Oh! Sniper! Nicht zum Fenster gehen! Wo hast du MW2 eingeladen? Von... Von... Alter! Oh! Mein Körper schüttet sich gerade! Oh! Den legt die Aber okay Du bist gerade auch ein bisschen schwindig Was? Was machst du? Keine Ahnung, was der macht Der kocht nicht Okay, also ja, mein Körper... Ist nicht normal, weil wir verschwommen sind Achso, ja, mein Körper... Shield bei mir... Okay, hab's Leute, ich bin gleich wieder da Alter, komm zurück, Jan! Komm zurück! Zurück! Äh, Jan, Mann, Alter... Bitte! Hör auf! Klocker draußen und Sniper! Was ist das da vorne eigentlich? Was ist das wirklich, ne? Was ist das laut? Simon! Weg! Weg, weg, weg! Da kommt wieder einer rein! Alter! Ohne Scheiße! Ich bin kurz dafür wirklich... Abzukotzen? Ja! Ja, mir... So geht's mir genauso Können wir bitte weniger sterben? Ja! Bin ich dafür! Dann können wir noch weniger rausgehen! Bleib hier drinnen jetzt! Okay! Hast du noch, ähm... Ähm... Ammo-Bags? Ich? Alter! Leute! Wir müssen jetzt... Also jetzt müssen wir echt ein bisschen aimen! Die überrollen uns grad von der Straße! Oliver, hast du Ammo-Bags? Ne, ich hab nur Medic-Bags und schon beide platziert für uns! Ja, weil Jan hat auch Medic-Bags! Weil... Ohne Scheiß! Ich wär... Ich wär... Ich wär... Ich lieber 1000 Medic-Bags! Also ich will nicht... Also... Kaste die... Ne! Also ich bin bisher noch für dich einmal down gegangen! Leute! Schiebt euch! Haben die da drüben ne Tasche von uns? Wegen euch werden wir strafen! Ey, die haben doch ne Tasche von uns! Mit uns war's da auch letztendlich. Nein! Ja, die liegt da, die liegt da. Wir müssen das holen. Wie holen wir jetzt die Tasche? Was? Oh Scheiße. Der hat gesagt, halt für den Klo... Du hast völlig ernsthaft... Ja, wir müssen aber jetzt noch 30 Minuten überleben. Also bis 30. Nein, geht doch gar nicht. Wir müssen jetzt noch die 5 Minuten. Da ist drauf, dann wird die Folge... Ist okay. Jeder? Oder nur ich? Jeder, jeder. Okay. Ich. Okay. Ja, mach ich. Dann ist einfach durch... Leute, umt euer Kopf eigentlich auch so komisch. Ja. Ne, also bei mir noch nicht. Nein, Taser, bitte Hilfe. Oh, danke. Ja, ja, ich will dich nochmal extra zu nehmen, Alter. Ich bin freischliesslich jetzt. Oh ja. Wir müssen jetzt noch diese 5 Minuten überleben. Ja, das schaffen wir, wenn wir alles zusammen arbeiten. Boah, das brennt. Brennen tut's jetzt nicht unbedingt. Ich wurde perfekt weggeflasht. An alle Leute, die zuschauen, macht das nicht nach. Macht das nicht nach. Oh Gott. Jünger als 8 sind sie. Ja. Nein! Taser! Okay. Vor allem, der sagt uns jetzt daran, dass die Lichter der Maus ausgeschaltet sind, was wir gerade so eben in die Luft gesprengt haben. Ja, ja. GG, Bay, ganz ehrlich. Schön gut umsehen. Ja. Taser sind ja nicht so extrem schlimm, aber so kann man... Schwarzer Doser! Aufgepasst! Rauchschießen, rauchschießen! Hinter uns! Der ist pass down, der ist pass down! Pass down. Nice. Taser! Oh Gott! Oh Gott! Lauft doch euer Leben! Wo rennen wir hin? Keine Ahnung, ich renne tausend mit Humble Buddies. Oh Gott! Nein! Cloca! Oh! Ja, der hat schon grüne Augen gehabt. Ich möchte jetzt ungefähr nochmal extra Stücke nehmen. Fünf Weiche nehmen. Oh ja. Erst wenn wir abbauen. Erst wenn wir abbauen. Ja. Wenn wir jetzt nochmal down gehen von Taser oder Cloca, zählt das extra dazu. Ja, das summiert sich dann. Das heißt, du hast ja dann statt 6 hast du 7 und wir haben dann 6. Ja. Und du vom Cloca stirbst. Nein, Taser! Okay. Das heißt, es ist einfach nicht down gehen und einfach überleben. Dauert nicht so lange, weil kommt der Wagen in 3 Minuten, ne? Äh, knapp. Ne, weniger. Weniger. Lass uns einfach im Keller stellen. Dann können wir gut verteidigen. Show me up, please. Viel besser zu verteidigen. Oh! Oh! Ey, du hast übrigens eine coole Maske. Ja, ich weiß. Du auch. Die haben seine Delfinmaske sehr am besten. Ich glaub, die CIA haben uns zurückgezogen. Hast du die Delfinmaske? Da haben wir uns zurückgezogen, Leute. Wir können jetzt. Wollen wir nicht als Thumbnail so nehmen, wenn wir uns alle 3 nebeneinander stellen? Meinst du, wo wir im Hauptbildschirm sind? Ja, quasi so. Ja, können wir machen. Komm jetzt, Alter. Der Fluchtwagen möchte kommen. Also ich möchte schon wenigstens die Mission noch abschließen. Ja, ja. Weiß ich. Minuten oder so. Harder gesagt. Ich hab nicht mehr viel Muni. Oh nein. Oh nein. Dozer. Daumen mit dir, du Arsch. Da warte. Lass den Wagen. Lass den Wagen. Wo? Der ist. Oh Gott. Raus hier. Joker! Joker! Nein! 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 Sechs. Oh Mann, ich musste sieben schlücke nehmen. Ja, ich auch. Oh Mann, und jetzt musst du sechs. Scheiße. Oh. Fucking Joker. Scheiße. Also Leute. Cheers. 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 Zwei. Oh Gott. Ich kann das schon gar nicht mehr runter schlucken. Zwei. Okay. Drei. Scheiße. Also jetzt kommt es gleich echt hoch. Drei. Ich nehme übrigens immer noch auf, würde ich so kurz sagen. Drei. Zwei. Schattet. Nee. Nie wieder. Vier. Drei. Ja. Ich glaube, ich gehe gleich mal aufs Kno. Oh Gott. Noch drei Stück. Oh Gott. Oh Gott. Okay, weiter geht's. Warte. Zwei Stück, Mann. Fünf. Oh. Oh mein Gott. Jetzt muss ich ganz großen Schluck nehmen. Das wird scheiße. Fünf. Oh fünf. Okay. Oh scheiße. Ich gleich jetzt gehe jetzt echt aufs Klo. Alter. Fünf. Ne. Gut Leute. Auf der Hauptstelle bin ich jetzt raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sechs. Scheiße. Jetzt. Okay Leute, ich bin jetzt aufm Klo kurz kotzen. Ja, wir werden uns jetzt eine Runde K.O. kotzen. Bis dann. Bis dann. Wart rein. Wart rein. Okay, bei mir nimmt er noch auf, Leute. Ich bin jetzt im Klo zum siebten Schluck. Scheiße. Ne, immer noch. Oh fuck. Mein Kopf. Mein Kopf. Okay. Leute. Trink. Cheers. Cheers, Oliver. Cheers. Er rückt schon alles hoch, ey. Boah. Mir kommt auch alles direkt hoch. Boah ey, 20 Jahre Skott ist ungesund, Mann. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Das ist jetzt nicht ernsthaft mit in der Toilette. Scheiße. Hast du beide? Das ist die Aufnahme gewesen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh. Nicht nachmachen, Leute. Out. Rein. Oh. Ciao.